Willkommen bei den verdammten Guardians of the Galaxy. Alter, wir retten also schon wieder die Galaxie. Sieht so aus. Hallo, ich bin Fahri Yadim. Ich begrüße euch ganz herzlich zu den Synchronarbeiten zu Guardians of the Galaxy Vol. 2. Drück nicht auf diesen Knopf. Los, wiederhole es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin gut. Nein! Nein, das ist der Knopf, der alle umbringt. Versuch's nochmal. Ich bin gut. Ich bin gut. Aha. Ich bin gut. Nein! Ah, spitze. Super. Er sagt verdammt. Ersten Teil musste ich den erstmal finden, aber jetzt merke ich, der hat eine Zeit lang in mir so einen kleinen Winterschlaf gehabt. Und da hüpft der kleine Rocket in dir wieder hervor und ich habe ihn auch echt schnell wieder ins Herz geschlossen. Das ist eine feine Fritte. Star-Lusche. Auf Star-Lusche reagiere ich nicht. Guardians of the Galaxy Vol. 2 2 estratégienisch. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020